Ja, also wieder mehr oder weniger dieselbe Aufstellung. Ich weiß es nicht. Sie haben irgendwie getauscht. Ich glaube aber, The Duke ist immer noch auf der anderen Seite. Im Moment kann man ja gerade mal checken, wenn wir... Äh... Nee, The Duke ist gar nicht dabei. Noch im Moment nicht. Okay, dann legen wir einfach so los. Wird sicher auch der Burner. Ich habe jetzt mal die DPU hochgestellt, deswegen wird das jetzt... Ups, ein wenig rasanter werden. Denke ich mir mal. Ja, komm, lass mir mal ein bisschen Platz hier und dann kriege ich das auch hin. Ah, ja. Einen habe ich schon mal Assist. Na? Wollt ihr auch noch mal ein bisschen, oder... Nee, da war eine Blendgranate. Jetzt kriegt der von mir eine Blende. Und einer auch. Und die geben mir eine Granate. Und ich renne dann den Schutz vom Rauch mal nach vorne. Aber verdammt, wie habe ich die nicht da runtergekriegt? Hm. Nächste Mal. Oh, shit. War das eine Aufstellung? Wo ist denn der... Ah, The Duke wieder. Null Ping. Ja, der hat Highspeed, DSL, was auch immer, Internet. Das ist natürlich das Merkis. Oh. Hm. Okay. Versuchen wir es einfach noch einmal. Vielleicht schaffen wir es ja wieder. Und hinter die Barrikade. Und in Deckung. Und voll safe. Das Rauch. Und da war schon wieder eine Blindgranate. Äh, vier und... Werfen und... Macht das einen Spaß. Habe ich... Wie viel? Oh, eins, zwei, drei. Hihi. Schöne Zahl, aber bringt mir nichts. Ähm. Snipen würde hier auch nicht viel bringen. Soweit kommen die gar nicht mehr um die Ecke, oder? Longshot. Level up. Saubere Sache. Habe ich den erwischt? Ich habe ihn erwischt. Wow. Ich hätte es nicht gedacht. Eine Blind. Ah. Voll reingeguckt. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht. Oh, ich habe es reingeschafft. Ah, ich bin aber auf der falschen Seite. He, he. Hey, hört mal auf mit dem ganzen Geblitze da. Sonst kann ich ja eigentlich gar nicht zielen. Okay, das ist eine Granate. Ah, ein Sniper. Das war kein Sniper, das war ein Glückwunsch von dem. Wallshot mal wieder hier. Da hat einer aber die dicke Wum ausgepackt. Äh. Und eine Blindgranate. Dankeschön. Okay. Da weiß ich, dass ein Da-Einer ist. Habe ich einen mit der Granate erwischt? Ich weiß es nicht. Zumindest habe ich einen erwischt. 4, 2, 5. Naja, es bessert sich langsam. Und ich gehe nochmal kurz hier raus. Danke. Hey. Ja, Mist. Kann ich auch nicht aufs Geländer stellen. Ist ja viel zu gefährlich. Ähm. Na, komm da nochmal raus hier. Da kannst du aber dein blaues Huhn erleben. Ach, der Duke. Wer hätte es gedacht. So einer sich da hinstellt. Hm. Ich glaube wenigstens, ein dicker Esst. Ach, ja. Hm, 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 hm. Feuer in the hell. Oh. Das ist natürlich uncool. Einfach nur mal wild dahin ballern, wo die eventuell stehen könnten. Eine Flash habe ich noch. Einen Rauch habe ich auch noch. Ich weiß, dass dahinter einer steht. Wenn ich da nochmal nachgeladen hätte, wäre das auch mal ganz gut. Ich bin durch. Und solange keiner hier lang geht. Wow. Wow, 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 wow. Okay. Das war krass. 8, 4, 7. Es wird besser. Lustig, lustig, lustig. Was ist eine Party? Was ist eine Party? Verdammt. Und eine Blendgranate. Und da kriege ich auch noch eine Blendgranate rein. Wieso blockiert mich hier einer? Rauch. Ein bisschen Baller hier, ein bisschen Baller da. Und ich sehe nichts mehr. Ich hoffe, ich stehe hinter der Wand. Ja, sieht so aus. Und die Granate haut mich fast weg. Ey, jetzt war es ein Schuss, der mich... War Shot. Na, danke. Ey, du... Okay. Ah, 9, 4, 8. Das läuft aber immer noch. Rückzug, Long Range, Revenge. Alter Schwede. Und Martyre... 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 Was auch immer. Leidenssterben. Ey, du Sackrate. Warte. So. Jetzt kannst du mich mal. Jetzt gibt's das zurück. Jetzt gibt's das alles zurück. Verdammt. Ich hab den Kopf aus... Ey, verdammt. Geht mir aus der Sonne. Geht mir verdammt noch... Geht mir aus der Sonne hier. Arschgeil. Komm, schieß den Miner über den Haufen. Er hat's verdient. Steht mir im Weg. Ei. Ah, scheiß Nebel. So, auf geht's. Hopp, 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 hopp. Was ist denn hier los? Werden die denn über den Haufen geschossen? Ah, geht doch. Was wartet ihr dann? Und der noch. Und der hält mir seinen Nacken vor das Gewehr. Ist natürlich... Geniale Nummer. Jetzt erstmal alles an Granaten rauswerfen, was geht. Und ein Headshot anbringen. Und in Doppel. Nehme ich mal an. Scheiße. Ver... Naja. Aber... Aber es funktioniert langsam. Auch wenn wir am Verlieren sind. Langsam kriege ich's dann doch hin. Persönlich mach ich da nicht so viel raus, aber... Ah, ich hab den eingesehen. Und der Duke hat mal wieder zugeschlagen. Ich seh nichts. Ei. Ja, das war aber knapp hier. Springt der auch direkt wieder weg. Ja. Okay. Da hängt ein Messer in der Wand. Hat hier jemand vergessen? Nein. Och, komm schon. So ein Müll, dass er da noch um die Ecke kriecht. Na gut. Und... Tut mir. Das war es dun. Es wird dann cursed. Gut. Das war es absurd.